Wie stellt ihr euch das denn vor? Wie viele Leute spielen auf dem Spielfeld? Irgendeine Ahnung? Ja, okay. Ja, ist richtig. Hier auf dem Platz einer ein Tor und einer. Wie sieht man, ob man ein Tor geschossen hat? Ja, ich denke, dass einer vielleicht über den Tor steht und das mit einer Rasse anzeigt. Mit einer Rasse? Okay. Also hinter dem Tor steht jemand, den nennt man Guide. Und der Guide, der zeigt den Spielern an, wo das Tor ist bzw. der steht da nicht einfach nur so mit einer Rasse, sondern er gibt den Spielern Kommandos. Das werden wir gleich auch mal ausprobieren. Mal gucken, wie schnell die meinen Kommandos folgen können. Der Guide ist natürlich sehr wichtig, weil ohne den Guide wissen die Blindenfußkoller nicht, wo sie jetzt hin sollen. So, ihr müsst erst die Brillen aufsetzen und dann den Kopfschutz bitte, ja? Ansonsten macht ihr das alles nochmal. Genau, das kann man da noch was weiter. Ich sehe nichts, es muss mein Kopfschutz noch irgendwie aussehen. Also, ich kann mich jetzt auch als zweiter oben stellen. Also, ich kann mich jetzt auch als zweiter oben stellen, oder so? Ja, ja, ja. Links, 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 links. Ja, gerade. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hier, hier, hier. Ja, ja, ja. Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, hier. 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 Okay, der geht das los. Oh, look it. Ja, genau vor dir, genau vor dir, genau vor dir, du musst auch gehen, du musst da hin, 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 Untertitelung des ZDF, 2020